Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, auch ich habe ein Déjà-vu, auch ich habe das Gefühl, darüber schon mal gesprochen zu haben. Und ich habe auch das Gefühl, alles wird schon gesagt. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, um trotzdem noch meine Kritik zu äußern an dem jetzigen System. Herr Löbke sagt es eben ganz richtig, das System, so wie Sie es jetzt haben, ist halt Jahrzehnte alt. Und es ist nicht gut, es ist bei weitem nicht gut, denn es bietet sehr viele Lücken und Regelungslücken und es wird auch tatsächlich missbraucht. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ein großer Kritikpunkt ist, dass wir momentan eine Kultur des Ausnutzen von ehrenamtlichem Engagement haben. Ja, auch in NRW heute tagtäglich, besonders am Wochenende, sind Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von ehrenamtlichen Rettungsdienstlern im Regelrettungsdienst beschäftigt, eingesetzt. Sie können sich das so vorstellen, eine Fahrzeughalle, eine Garage, zwei Fahrzeuge mit jeweils zwei Personen. Die einen, Notfallsanitäter oder Rettungsassistenten, nach TVÖD bezahlt mit Wochenendzuschlägen und auf dem anderen Fahrzeug eben ehrenamtliche Kräfte, zwar genauso ausgebildet, aber diese bekommen nur eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro, 60 Euro, 70 Euro. Und die machen da halt eine 24-Stunden-Schicht und die fahren im Wechsel raus und fahren auch die gleichen Einsätze. Und das kann es nicht sein, das ist falsch. Und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen sind zudem auch noch strengeren und schlechteren Tarifverträgen unterworfen im Vergleich zum TVÖD und müssen da auch deutlichere Abzüge verzeichnen. Einige der Privatanbieter hingegen schließen in ihren eigenen Haustarifverträgen deutlich mitarbeiterfreundlichere Verträge ab. Und die Anwendung des Tariftreugesetzes ist da grundsätzlich zwingend notwendig, kann aber momentan von Hilfsorganisationen zum Beispiel durch eigene Flächenverträge einfach umgangen werden. Und das wird auch schamlos gemacht. Und auch das ist nicht richtig. Zudem haben wir auch noch das Problem, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zum Beispiel den Jornittern oder den Maltesern dem kirchlichen Arbeitsrecht unterworfen sind. Und dadurch deutlich zurückgesetzte Arbeitsrechte haben. Zum Beispiel zu erwähnen den Zwang zur Kirchenmitgliedschaft, Kündigungen bei Scheidung oder Homosexualität. All diese Dinge und das, meine Damen und Herren, das ist nicht mehr zeitgemäß und das können wir hier ändern. Und vielleicht ein letzter Appell. Wir brauchen Transparenz. Wir brauchen Transparenz vor allem im Vergabeverfahren, weil Transparenz im Vergabeverfahren würde viele der entstandenen verkrusteten Strukturen aufbrechen und profitieren. Profitieren würden davon die Mitarbeiter. Insofern Appell an die Landesregierung, arbeiten Sie auch mit den Hilfsorganisationen zusammen. Wir haben hier eine, ich weiß, Sie tun es, Frau Ministerin, wir haben hier eine einmalige Möglichkeit, tatsächlich die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich zu verbessern. Denn sie sind bei weitem nicht gut. Und ich bin gespannt, was da dabei rauskommt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.